Gibt es eigentlich ein bestes Battle Royale? So ganz kann man das eigentlich gar nicht sagen, denn jedes Spiel hat etwas Einzigartiges an sich. Möchtest du zum Beispiel den größtmöglichen Realismus, dann ist PUBG noch immer eine sehr gute Wahl. Öh, das Spiel geht mir aber viel zu langsam. Okay, dann entscheide dich für Apex Legends. Die Pace hier ist extrem hoch. Während du slidest, springst, Granaten wirfst und auch noch Fähigkeiten hast, versuchst du nämlich deine ganzen Bullets in deinen Gegner reinzujagen. Okay, okay, ein bisschen zu schnell für mich. Dann wäre hier Call of Duty Warzone als guter Battle Royale Allrounder eine gute Wahl. Mit dem Spiel anzufangen ist nicht wahnsinnig schwierig. Du hast cooles Movement, kommst schnell hinein und es gibt sogar Crossplay. Ah ja, und wenn du deinen inneren Bob der Baumeister rausbringen möchtest, dann spiel bitte Fortnite und bau den Schiefenturm von Pisa.